ok ein bisschen ungemütlich hier muss ich schon sagen bringt ihr euch ruhig gegenseitig um nicht lecken, nicht lecken, nicht lecken warum leckt das? ich mach mal doch den move hier wir müssen in die unterwelt, wir müssen uns runter buddeln, haben wohl keine andere möglichkeit da hier gravel ist, kommt darin bestimmt irgendwo eine höhle sag dich doch ja toll ist das dein ernst? sag dich doch 3 blöcke höhle 3 block höhle boah ne, bin ich doof achso ne warte mal dafür brauchen wir, ähm 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 wir müssen uns Tinker Zeug machen ja aber wir müssen uns auf jeden Fall Tinker Zeug machen und zwar ist Kupfer glaube ich gar nicht mal so schlecht aber wir müssen erst dieses Brass glaube ich machen das Ding brauchen wir ausgespolst im Gold oder Molten Brass so, dieses Ding brauchen wir ausgespolst im Gold oder Molten Brass oder Aluminium Brass und das kriege ich wieder Seared Bricks Grau Grau Glade Kuppel äh Gravel und ok ok wir haben eine neue Mission wir brauchen eine Timberschmelze wir brauchen eine Timberschmelze dafür brauchen wir viel Gravel viel Sand und noch mehr äh ne weniger äh Clay aber Gravel brauchen wir sowieso weil wir das auch zum bauen benutzen daher warum lecken das manchmal spiel hat sich aufgehend spiel hat sich aufgehend so kurzer Hänger weiter gehts ähm bam 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 gut wieviel wieviel Gravel haben wir jetzt ich glaub da brauchen wir noch ein bisschen ich weiß ich weiß noch dass man davon sehr viel brauchte ist schon eine Weile her dass ich Minecraft gezockt habe aber ich glaub da brauchen wir viel so warte ich hab ein Crafting Table dabei zwei Sticks und das sehr gut sehr gut sehr gut das nehmen wir mal damit weil man kann ja aus Kupfer glaub ich ziemlich gute Werkzeuge bauen Lover bauen Lover bauen wir auch aber das kriegen wir alles gepacken wir brauchen nur diese Seared Bricks ein bisschen Eisen wäre trotzdem schon aus Kupfer könnte man glaub ich ziemlich gute Werkzeuge machen also zumindest für den Beginn so 1 5 die 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 So. Gut, ähm, Gravelhumber. Dann kommen wir Sand. Sand und Clay. Clay wird eher das Problem sein, aber da brauchen wir auch gar nicht so viele. Was ich jetzt gerne machen würde, das nächste wäre mal ein Stack für Steinebraten. Da haben wir dann ein bisschen das Ziel hinausgetossen. Äh, warte mal, das gehört da nicht rein, das gehört da rein. So. Ähm, wir müssen noch Sand holen. Da brauche ich, glaube ich, noch mal. Ich nehme noch mal drei Schaufeln mit. Sieh schon, sieh schon. Das wird auch mitnehmen. Nee, ich bin ja nicht so weit weg. Brauchen wir nicht, denke ich. So. Das Gute ist, da unten ist direkt ein Sumpfgebiet. Und im Sumpfgebiet müssten eigentlich gute Clay vollkommen sein. Da ist schon. Ja, wollo. Hier. Ey, wir haben den perfekten Spot ausgesucht. Alle Vorkommen, die wir brauchen, sind direkt in der Umgebung. Außer Eisen. Aber das brauchen wir gar nicht mehr, wenn wir die Tinkers Werkzeuge haben. Ähm, Bronze war, glaube ich, noch besser, oder? Große, War, Kupfer und... Kinn, glaube ich. Also. Ja. das reicht schon fast zumindest so eine kleine schmelze reicht erst mal gleich kurz bisschen rechnen wie viel wir da haben jetzt wir machen das mal so ein stack haben wir schon also ein ein stack das heißt aus einem das reicht locker ein stack ja das müsste wirklich reichen so warte mal wo müssen wir denn hin da glaube ich wohnen ist jetzt wirklich beim ersten ausflug gleich verlaufen nee das ist schon richtig ja amateure hier ja da sind wir richtig ey das wird so krass aussehen wir können die ganze burg hier oben drauf bauen so ich hau mich jetzt gleich wieder ins bett schlaf eine runde aber erst wollte ich kurz mal gucken wie viel gravel wir haben 1 2 2 stacks ok das könnte mehr sein da ist nochmal fast ein stack sand haben wir gar nix ok das ist mal sand und gravel müssen wir noch holen meinen gravel können wir gleich hier weitermachen ich glaube hier haben wir noch ein gutes vorkommen liegen sand sand müssen wir mal gucken ich glaube wir sind an den umslen sind wir ja vorbeigelaufen als wir hergekommen sind da müssten wir wahrscheinlich mal hin vielleicht gucken wir auch mal warte mal pack jo aparist aparist ähm mining backpack 2 eisen 2 volle und 4 strings 2 eisen haben wir nicht digging backpack oh hunting backpack adventuring adventuring haben wir 2 haben wir 2 knochen nur 1 schade basic backpack basic backpack haben wir 4 wolle und brauchen wir Eisen einen eisenhoney schnett brauchen wir 4 schade schade ich glaube hier geht halt nur dann das jeweilige rein ok warte warte lass mal gucken hier äh 11 11 kabel brauchen wir noch haben wir noch irgendwo kabel das soll noch irgendwo gerevelt sein hier 11 hier kommen noch 10 raus pass auf ah ne da ist noch mehr ja ich habe jetzt gerade schon angefangen dann mache ich hier auch kurz ein bisschen mehr weg wie gesagt gravel werden wir noch diverse male zum bauen brauchen so dann brauche ich noch 4 stacks gesandt ich glaube ich brauche noch mal eine schaufel oder 2 ich glaube ich brauche noch mal eine schaufel oder 2 ich stehe mal kurz hier ein basic backpack machen ich glaube da können wir uns sogar 2 backpacks machen 5 eigentlich dachte ich hier wäre noch näher eine kugel standen was ist hier denn hin ah hallo genau dich habe ich gesucht 7 wollen wir uns da hinten noch eine kuh wir müssen auch ein bisschen um den nagel gucken daher äh ist nicht so verkehrt die so jetzt machen wir gleich noch was anderes kennen wir ja schon komm rein da sehr schön da war dann noch irgendwo eine was sind die andere jetzt hin da oben brauche ich aber nur ein bisschen äh getreide getreide ok ok hm das wollte ich nicht das ist auch schön hier so ein schöner durchgang alles mal wieder gerodet so richtig damit ja eigentlich schon mit riechen die die kühe jetzt habe ich keinen platz mehr das ganze gute gemüse hier rumgeschmissen warte mal oh das ist natürlich ideal ich wusste gar nicht dass es ja auch die würme gibt das sind sogar zwei noch einer uuu noch mehr die vermehren sich ja wie äh wollte ich jetzt nicht sagen ok warte mal wir legen mal kurz ein kleines Beet an richtig fett ok Essensproblem wäre somit gelöst so es gab doch schon sogar hier Kronen was auch immer das ist Brokkoli heftig 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 Pilze äh was haben wir noch hier aber ne warte das wollte ich doch eigentlich für die Kühe haben ja die wollen das fressen aber nicht mitkommen hat sich ein bisschen komisch angehört so Gemüse Beet sieht schon mal gut aus Okay, ich wollte Wolle brauche ich glaube ich noch, oder bei den Schafen noch mal vorbeigucken. Zwei Schafe haben wir nicht mehr so viele hier. Direkt vor Ort. Und wie brauche ich denn für den Backpack? Vier. Ich habe null. Okay, hier stehen gerade mal zufällig vier Stück rum. Das passt. Vier Wolle, dann gehen wir nach Hause. Und dann gehen wir nach Hause.